Dies ist die Geschichte vom tragischen Untergang einer der beliebtesten TV-Persönlichkeiten und Naturschütze Australiens. Steve Irwin lebte und atmete die Natur und hatte sich im Laufe der Jahrzehnte als Gesicht von Wildtieraufnahmen weltweit etabliert. Doch es geschah inmitten der Natur und der Wildtiere, die er so liebte, dass er einen qualvollen Tod fand, der Schockwellen um die Welt sandte und seine Familie sowie seine Fans zutiefst erschütterte. Vergiss nicht ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Dies ist die tragische Geschichte von Steve Irwin, dem Krokodiljäger. Willkommen bei Angriff Alarm. Es war der 4. September 2006, ein weiterer Arbeitstag für den 44-jährigen Steve Irwin, als er seinen Lastwagen mit Vorräten und Ausrüstungen belud und sich auf den Weg zum Bad Reef in der Nähe von Port Douglas im Nordosten Australiens machte. Er und seine Crew bereiteten sich darauf vor, unter Wasseraufnahmen für eine bevorstehende Dokumentation namens Ocean's Dead List für den Discovery Channel zu drehen, unter der Regie von John Stanton. In den Tagen vor den geplanten Dreharbeiten konnte John ein unheimliches Gefühl nicht loswerden, dass etwas Schlimmes passieren würde. Er sprach mit seinen Freunden und den Produzenten und bat darum, die Dokumentation abzubrechen. Aber der Sender hatte bereits zu viel Geld in das Projekt investiert und konnte weitere Verzögerungen nicht verkraften. Dennoch hatte John Stanton immer noch ein unbehagliches Gefühl, dass etwas schiefgehen würde. Er verfasste ein Statement und begab sich widerwillig mit Steve Irwin und seinem Kameramann Justin Lyons zum Riff. Am Morgen des 4. September, nachdem sie die kleine Stadt in der Nähe von Port Douglas erreicht hatten, stiegen sie auf Steve Irwins 75 Fuß langes Forschungsschiff namens Croc One und segelten zum Barrier Reef in der Nähe des Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens. Das Gebiet beherbergte verschiedene Arten von Meereslebewesen, darunter Meeresschildkröten, Delfine und Wale. Aber die Crew wollte einem Hai begegnen, um Aufnahmen für diese Episode zu machen und so zogen sie ihre Anzüge an und setzten ihre Schnorchel auf, um ins Wasser zu tauchen. Das Meer war trüber als üblich und Steve und sein Kameramann Justin konnten keinen sicheren Ort finden, um nach einem wandernden Hai zu suchen. Sie entschieden, dass es am besten sei, die Dreharbeiten für den Tag abzubrechen, da es nicht der richtige Zeitpunkt war. Doch bevor sie gingen, entdeckte Steve Irwin etwas, das seine Neugier weckte. Es war kein Hai, sondern ein wunderschöner Stingray – Stechrochen. Diese Meeresbewohner konnten bis zu 5 Meter oder 16 Fuß lang werden, einschließlich eines langen, durchdringenden Schwanzes, den sie gut kontrollieren und behend einsetzen konnten. Dieser Schwanz ist ihre Hauptwaffe im Unterwasser-Ökosystem. Doch Steve Irwin war nicht beunruhigt von einem Tier. Er hatte sein ganzes Leben lang mit solchen Tieren zu tun und wusste, dass Stechrochen normalerweise keine Menschen angreifen, es sei denn, sie werden provoziert oder versehentlich darauf getreten. Steve schwamm näher an das Tier ran, bis er direkt unter ihm war. Er dachte, dies sei der perfekte Winkel, um einige Aufnahmen für seine Tochter Bindi zu machen, für ihre kommende Wildtier-Kindersendung namens Bindi – The Jungle Girl. Er signalisierte seinen Kameramann, zu ihm herunterzuschwimmen, um das Tier zu filmen. Es war ein friedlicher Anblick vor dem farbenfrohen Meeresgrund. Stechrochen wurden selten in solch enger Nähe beobachtet, da sie normalerweise beim Zusammentreffen mit Menschen davonschwimmen oder sich im Sand vergraben. Als Justin Lyons näher an Steve Irwin heranschwamm, waren sie selig ahnungslos, was als nächstes passieren würde. Steve Irwin war nur noch wenige Fuß über den Stechrochen und versuchte, den besten Winkel für die Aufnahme zu finden. Doch als er sich näher heranwagte, schnellte der Stechrochen plötzlich seinen langen, scharfen Schwanz nach oben und durchstieß Steves Brust. Er erkannte die Tragweite des Angriffs nicht sofort und sein Körper war für einige Sekunden wie gelähmt. Im Aufruhr des Wassers, bevor sie wieder nach oben schwimmen konnten, industriierte Steve Irwin Justin, die Kamera weiterlaufen zu lassen. Selbst in einer solch bedrohlichen Situation wollte er noch etwas aus dieser Begegnung herausholen. Justin Lyons war jedoch schmerzlich bewusst, was gerade geschehen war. In Steves Brust klaffte ein großer 2 Zoll großer Einschnitt und er blutete stark, wodurch das umliegende Wasser rot wurde. In der Befürchtung, dass das Blut einen Hai in der Nähe anlocken könnte, ergriff Justin Steve Irwin und drängte ihn, zur Sicherheit nach oben zu schwimmen. Als sie wieder an der Oberfläche kamen, wurde die Schwere seiner Verletzung sofort klar. Steve Irwin litt nun unter unerträglichen Schmerzen und verlor schnell viel Blut. Er schrie Justin entgegen, dass seine Lungen durch den brutalen Angriff verletzt wurden, aber die Realität war noch schlimmer. Der Stachel des Stechrochens hatte Steves Herzseite durchbohrt und der massive Blutverlust bedeutete, dass er sein Leben in wenigen Minuten verlieren könnte. Justin Lyons rief den Kollegen auf dem Boot in Panik zu, dass Steve Irwin schwer verletzt sei und dringend Hilfe brauche. Die Kollegen warfen ihn hektisch auf ein aufblasbares Schnellboot und versuchten, ihn schnell an Land zu bringen. Die ganze Zeit zeigte Steve eine unbezwingbare Haltung. Er verlor das Bewusstsein. Und während Justin und die Crew auf die Wunde drückten, um die Blutung zu stoppen, riefen sie ihm zu, für seine Familie und seine beiden Kinder am Leben zu bleiben. Steve Irwin erkannte, dass dies tatsächlich seine letzten Momente waren und sagte ruhig, dass er sterben würde. Als sie versuchten, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, hörte er ein paar Minuten später auf zu atmen. Seine Augen schlossen sich und sein Gesicht wurde blau. Steve Irwin, der berühmte Naturschützer und geliebte TV-Moderator, war tot. Die Rettungskräfte wurden an Land gerufen, aber es gab nur eine geringe Chance, ihn wiederzubeleben. Selbst wenn er ins Krankenhaus gebracht worden wäre, bestand wenig Hoffnung, dass er einen Stich direkt ins Herz überleben könnte. Der scharfe Schwanz des Stechrochens hatte sich durch Steves Brust geschnitten und er starb unter den Tieren und der Natur, die er sein ganzes Leben lang geliebt und geschätzt hatte. Die gesamte Tortur vom Stich des Stechrochens bis zu den letzten Momenten, in denen die Rettungskräfte versuchten, Steve Irwin zu reanimieren, wurden von Justin Lyons Kamera aufgezeichnet. Doch aus Respekt vor Steves Kampfgeist und um seine Familie zu schonen, löchte Justin die endgültige Kopie des Videos nach einer kurzen polizeilichen Untersuchung. Die Aufnahme wurde nie gesehen oder veröffentlicht, aber das Bild von Steves schrecklichen und schmerzhaften letzten Momenten bleibt für immer im Gedächtnis der Crew an Bord und der Kollegen, die ihn liebten und schätzten. Seine Frau und Kinder waren auf einem Ausflug in Tasmanien, als sie von Steve Irwins Tod erfuhren und sie waren am Boden zerstört und untröstlich über den tragischen Verlust ihres Ehemanns und Vaters. Seine Frau Terry und seine Kinder Bindi und Rob reisten sofort zum Australia Zoo, den Steve Irwin betrieben hatte und wurden dort von tausenden und verehrenden Fans empfangen und getröstet. Steve Irwin hatte zuvor gesagt, dass er sein letztes Lebensziel als erfüllt betrachten würde, wenn er das Erbe des Naturschutzes an seine Kinder weitergeben könnte, im Einklang mit seinem Wunsch. Windy und Rob wurden engagierte Tierpfleger und Naturschützer und arbeiteten daran, Steve Irwins Erbe in ehrenvollen Gedanken an sein tragisches und unzeitiges Ende weiterzuführen.